Was ist das Interview-Setting? Das Interview-Setting schafft die Rahmenbedingungen für dein Interview. Hierbei musst du auf verschiedene Sachen achten, wie zum Beispiel den Ort. Der Ort sollte ein Wohlfühlen ermöglichen, dein Gast sollte sich offen äußern können und es sollte auch gemütlich sein. Dein Ort sollte eine gelassene Situation ermöglichen. Ein weiterer Punkt ist das Verhalten. Verhalte dich sozial angemessen in deiner Kleidung, in deiner Umgangsform oder auch in deiner Sprache. Wichtig ist dabei, dass du Ruhe und Gelassenheit ausstrahlst. Schlussendlich ist es noch wichtig, auch motiviert dabei zu sein. Eigene Motivation springt über, sei dabei aber trotzdem immer respektvoll. Am Ende deines Interviews bedanke dich für die Zeit deines Gastes und sorge dafür, dass er weiterhin für andere Interviews bereitsteht. Der Einstieg ins Gespräch gibt die Richtung und Stimmung für den weiteren Verlauf vor. Mit einer herzlichen Begrüßung und Fragen, wie etwa nach der Anreise der interviewten Person, kann man sie von ihrer Nervosität ablenken und für eine entspannte Atmosphäre sorgen. Sobald es losgeht, ist Aufmerksamkeit geboten. Um es der zu interviewende Person einfach zu machen, sollte mit einer einfach zu beantworteten Frage begonnen werden. Während im ganzen Gespräch ist darauf zu achten, dass man eine offene Körperhaltung einnimmt. Eine gute Möglichkeit, viel zu erfahren, sind offene Fragen. Die interviewende Person sollte also keine Fragen stellen, die entweder nur mit Ja oder mit Nein beantwortet werden können. Als offene Fragen eignen sich die typischen W-Fragen, um dem Gegenüber Impulse zu liefern. In Einzelfällen, gerade wenn man eine klare Position einfordern möchte, kann auch eine geschlossene Frage im Gespräch platziert werden. Um den Gesprächsfluss aufrechtzuerhalten, sollte der befragten Person nonverbal signalisiert werden, dass man die Aufmerksamkeit hält. Dies kann man beispielsweise durch Augenkontakt oder auch durch einfaches Nachfragen vermitteln. Dies erweckt ebenfalls den Eindruck von einem ehrlichen Interesse am Gespräch. Wird im Gespräch deutlich, dass eine Frage nur unzureichend beantwortet wurde oder sogar ausgewichen wurde, darf gerne nochmal nachgefasst werden. Dies gilt auch, wenn man eine Antwort nicht verstanden hat. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Gesprächston weiterhin freundlich bleibt und auch der Gesprächsfluss dadurch nicht abrupt endet. Darüber hinaus ist es wichtig, dass das Gegenüber kognitiv nicht überlastet wird. Sollte der befragten Person auf jeden Fall ausreichend Zeit eingeräumt werden, um auf die Fragen zu antworten. Um das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer zu wecken bzw. aufrechtzuerhalten, sollte das Gesprächsthema auch immer einen Bezug zu aktuellen Thematiken aufweisen und sich an Kontroversen orientieren. Allerdings sollten provokative Fragen wirklich nur sparsam eingesetzt werden, Suggestivfragen ebenso. Als fragende Person sollte man immer auch die Führung behalten und offen, aber in einem höflichen Ton ansprechen, wenn etwas stört. Zum Beispiel, wenn das Gegenüber zu schnell redet oder wenn es zu ausschweifende Antworten gibt. Oftmals nimmt ein Interview auch eine ganz andere Richtung ein als geplant. Deshalb sollte sich die fragestellende Person flexibel auf die Gesprächsrichtung einlassen. Die oberste Maxime eines Interviews ist es, Fragen faktenbasiert zu stellen, die Sachlichkeit zu wahren und nicht mehr zu reden als sein Gegenüber. Doch ein Interview objektiv zu führen, kann eine ganz schöne Herausforderung sein. Denn bereits in der Vorbereitung setzt sich die fragende Person mit verschiedenen Fragen und unterschiedlichen Perspektiven auseinander. Dabei konstruiert der Interviewende schon unterbewusst bereits Antworten, die durch eine gewisse persönliche innere Erwartungshaltung entstehen. Am Ende sollten nochmals Fragen gestellt werden, die den Zuhörenden in Erinnerung bleiben. An einer passenden Stelle ist das Gespräch dann zum Ende hinzuführen. Abschließend bedankt man sich beim Gegenüber für das Interview und verabschiedet sich. Abschließend bedankt man sich beim Gegenüber für den Zuhörenden in Erklärung zu stellen, wenn dasphonetic gut ist. Vielen Dank.